Ein Fahrradfahrer kommt die Straße entlang, aber nicht da wo wir herkommen, sondern aus der anderen Richtung. Zu uns hier? Ja, in unsere Richtung. Also fertig auf die Straße lang. Mit Jilly und Dickerbauer. Na, Dickerbauer sollten die Karre hier abstellen. Dann fahren wir durch die Stadt durch und stellen die Autor einfach. Hier ist für die Hauptstraße lang. Geradeaus? Ja, machen wir die Hauptstraße kurz. Was steht denn da quer, Mann? Das ist das Ding, wo wir letztes Mal nicht droppen sind hier übrigens. Oh. Mal weiter, mal weiter. Nach vorne können wir den irgendwo abstellen. Oh, hier in dem Fall kannst du den irgendwo abstellen. Ja, geradezu steht... Oh, da ist ein Schulgebäude. Ich würde mal sagen, erstmal zum Schulgebäude. Ja, was? Schulen sind immer gut. Es steht nicht ne Baracke vor dir? Es steht nicht genau ne Baracke vor dir und du rennst zum Schulgebäude. Hallo, wir wollen ja auch ein Zelt gehen. Aber hoffe... Jaaa... Jaaa... Aber... 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 Oh, da sind ja auch noch die Türen zu... Ach ne, da gibt's ja keine Türen zum Öffnen. Oh, ich hab auch einen. Äh... Öt, aber wenn die Zombies da sind, dann ist der Loot. Das Loot. Auch da. Hier ist ne richtige Baracke. Oh, ich hab einen Supermarkt hier vorne. Ja? Mhm. Ich bin jetzt an der Schule. Rechts vom Bausteingebäude hier ist auch erstmal der Treffpunkt. Ich weiß nicht wie lange noch bis zum Restart. Aber ich bring jede Menge Kumpels mit, ja? In der Schule. Nein, da kann man nicht rüber springen. Oh, doch. Oh, ich hab Klamotten gefunden. Wo bist du denn? Gerade? Schule? Boah, Tarkistani Warlow Teil gefunden. Das zieht gleich mal an. Du bist doch nicht in der Schule, oder? Doch. In der Schule ist... Hast du die Palme sehen, die da wächst? Ja. Hallo. Müssen wir erst noch trinken hier, den Rucksack? Ja. Hast du jetzt andere Klamotten, ja? Ja, ja. Noch nicht. Erst nach dem Restart. Oh, ich hab auch was. Ich hab auch was. Ich hab Ethan. Ethan? Ethan. Okay, ich darf nicht nackig sein. Ja, ja. Deswegen. Erst nach dem Restart. Soll ich den zwar wieder schießen, der hier hochkommt, oder? Ja, ne. Würde ich erstmal nicht machen. Ja. Okay, dann komm ich noch nicht höher. Ja, Digga, dann renne ich nochmal in die Baracke. Da wär ich doch schon bescheuert, wenn ich das jetzt nach dem Restart... Da kann ich nach dem Restart auch nochmal gucken. Das kannst du machen, ja. Oder warst du jetzt schon in der Baracke? Nee. Hast du die Tür aufgemacht von der Baracke? Nee. Ich weiß ja nicht mehr, wo die waren. Wo waren die? Alter. Drehen mich auch noch was. Achso, ich komm ja da nicht mehr raus, wenn ich drinnen war. Äh, wenn die ganzen Zombies mitkommen. Ohne schießen? Nee. Komm. Ist dran vorbei, Rand, wa? Naja. Komm jetzt aber rumgelaufen, Digga. Nicht an der Eiko stehen bleiben. Nee, ist doch keiner. Also hier sind keine Zombies, die mir grad folgen. Ganz langsam. Ach, der hört mich, oder was? Klar. Er lebt noch. Ah, ich hab grad gemerkt. Ach, wie du da oben an der Kante hockst, die haben wir nun abgeheizt. Ja, jetzt kommen sie eh alle hier, jetzt wohl gar nicht mal... Nein. Komm, ich hab auch ne Idee. Ahn... Ich hab leider keine Smoke mehr, sonst würde ich dir... Aber wie viele sind das denn? Wenn nicht, dann kommt er an der Schule rein. Ja, mach ich auch gleich. Komm, put 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 put. mal schauen. Fато lá, komm? Ah, START. Fahrradfahrer kommt die Straße entlang, aber nicht da wo hier her kommen... sondern aus der anderen Richtung. Zu uns hier? Ja, in unsere Richtung. Also, der fährt die Hauptstraße lang. Mit Gilly und, äh, dicker Warhauускbrücken. Äh, hab er bestimmt mal in den Schlüssel gehört. Ich überlege gerade den Weg hochkommest du dich. G-Slash! Hast du ihn? Nein! Er fährt weiter. Da rennt er, wa? Erst zum Wasser runterfahren. Ach so. Da ist er getötet worden. DOS wurde getötet. Hab ich ja vielleicht noch gekillt? Also könnte sein, dass ich ihn getroffen habe, aber ich weiß es aber nicht. Ich kann nicht. Oh, fuck. Bitte, Digga, ich geh' gucken. Guck, hier sind so viele. Ups. Kleid da hinten runter. Das hat nicht aufgepasst, wo der hingefahren ist, wa? So. Doppelgibsten etwa. Ich hab dich hier sehen, wo der hingefahren ist. Weißer gibts. Da versuche ich jetzt irgendwie hinzukommen. Kommt man drinnen raus? Wie drinnen raus? Boah, hier sind alles voller Zombies. Oh, fuck. Wenn ich mir in den Länder rauszukommen, ist ja auch wieder ein Krampf hier. Ja, ja, das ist ein Loch. Oh, hier sind noch mehr Zombies. Nein! Oh mein Gott! Jetzt spinnt meine Steuerung voll in Sticker. Hier kann nicht mehr... Jetzt leuchtet die ganze Zeit gerade aus. Kannst du die Maus bewegen? Ja. Warte mal. Ja, ich kann im Kreis oder so. Ja, ich kann... Was ist denn das für'n Scheiß? Weil meine Tastatur im Arsch ist. Ey, das kann ja nicht sein. Ey, dann würdest du auch woanders spinnen. Ich denke, wir sind am Restat behoben. Ich kann jetzt auch nicht mehr stehen bleiben. Du kannst jetzt auch nicht schießen. Irgendwas. Ja, ich bin ja hinter dem. Glaub ich bald. Ah ja, da läufst du. Der ist ja mal auf. Der ist links von uns. Links von uns am Wasser, ne? Am Auto... Also am Auto Richtung Wasser dann. Genau. Dann laufe ich so... Ach, hier ist die Kache schon. Dann laufe ich Richtung Auto direkt. Also direkt... Ja, laufe mal. Digga, ich kann auch so eine falsche Taste hier drücken. Jetzt hab ich wieder dieses Menü hier. Und der läuft die ganze Zeit trotzdem geradeaus. Kann grad nicht steuern. Ah, jetzt geht's wieder. Hast du rausgefunden, welche Taste das ist? Ja, jetzt sind mehrere Tasten. Ich kann einfach nichts machen. So, ich bin jetzt beim Auto. Wenn der auf seinem Fahrrad hier schauen muss, müsste ja noch ein Fahrrad hier irgendwo sein. Ja. Ja. Ich bin rechts hinter dir, ja? Ja. Machst du dich mit deinem schwarzen Biscuit? Ach so, und hinter. Ich bin nicht das Gefühl, dass der tot ist. Ja, wenn der mit dem Fahrrad... Na ja, wieso? Ja, muss ja dann... Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber was gammelt ja hinter mir rum hier. Der Problem ist hier auch, ihn zu finden, weil es ist ja schon ein Akt. Digga, ich muss mir jetzt mal irgendwie in die Beute suchen, weil jetzt gleich Auslockzeit. Ja. Fünf Minuten Restart. Du meinst, dass du da schön gegen die Wand laufen kannst, oder? Ja, richtig. Du bist jetzt quasi wieder abgehauen, ne? Ja. Ja, der wird ja nicht verblutet sein. Vielleicht, der lebt bestimmt noch. Da steht ein Ural, oder... Ach so. Ach so. Aber da fehlt schon ein Rad. Wir gehen mit der Industriegebäuderin. Jo. Sollt ihr den Rücken freischießen? Hm, brauchst du nicht. Ne? Ja, nicht das für die... Such mir... Ach, hier gibt's keinen Schatten. Boah, hier ist ja ein Supermarkt. Ja, sag ich doch. Ich hab den Hike schon entdeckt. Ach, warte mal. Ich begebe mich in die Nähe vom Supermarkt. Ich renne jetzt die Treppen hoch. Oh, wo kommt die an? So, ich lock mich jetzt ja aus, Digga, ja? Jo. Lockst du hier auch schon aus? Ne, ich warte noch. Ich bewege mich noch Richtung Supermarkt. Vielleicht schaffe ich ja noch mal einen Blick rein. Ich bewege mich noch raus. Naja, ne, dann lass noch einen Riesack mal abwissen. Lockst du schon? Ne, ne. Ich muss mir noch eine Stelle suchen, wo. Ich bin ja näher vom Supermarkt jetzt da. Eigentlich wollte ich in so einem Plattenbau hinten, aber... Ach, dann geh ich jetzt zum Tankmein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nein, nein. Ich bin ja. Ich bin ja. Auf Wiedersehen. Und doch, auf Wiedersehen. Wart memoriert dich. Auf Wiedersehen. Ach, dann wäre es Content-Danny.